Der FCA und die Menschen, vor allem die Menschen des FCA, haben dir viel zu verdanken. Du hast das Team um dich herum besser gemacht und das zeichnet große Anführer aus. Ohne dich wäre der FC Augsburg kein Bundesligist und ohne dich hätten wir einen Freund weniger gehabt. Das ist der FCA.